Wir wollen ihn. Wir brauchen ihn. Wir müssen ihn haben. Den Schatz. Sie haben uns den Schatz gestohlen. Garst du gleich die Hobbitze? Böse? Tückisch? Falsch? Nein, nicht der Herr. Doch, mein Schatz. Falsch. Die betrügen dich. Tun dir weh. Lügen. Der Herr ist mein Freund. Du hast gar keine Freunde. Niemand mag dich. Ich hör nicht zu. Ich hör nicht zu. Du bist ein Lügner. Und ein Dieb. Nein. Mörder. Geh weg. Ich soll weggehen? Ich hasse dich. Wo wärst du denn ohne mich? Gollum. Gollum. Ich hab uns gerettet. Ich war das. Wir haben überlebt. Nur wegen mir. Ich hasse dich. Was hast du gesagt? Das ist jetzt vorbei. Was? Der Herr passt jetzt auf uns auf. Wir brauchen dich nicht. Nein. Verschwinde. Und komm nie wieder. Verschwinde. Und komm nie wieder. Wir haben ihm gesagt, dass er wegging soll. Und mein Schatz. Weg. Weg ist der mein Schatz. Weg. Weg. Smeak. Smeakon ist frei. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die teilnehmenden Leute, die an diesem Video mitgearbeitet haben. Bei einer Seite haben wir Gollum. Mein Schatz. Und natürlich haben wir auf der anderen Seite das Mirko. Ja. Der Herr ist mein Freund. Und natürlich mich, Lucia Morningstar. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis bald. Und tschüss. Und lass doch einen Daumen nach oben da.